Im zweiten Abschnitt der Vorlesung Netzsicherheit 1 wollen wir uns mit Kryptografie beschäftigen, genauer gesagt mit dem Teil der Kryptografie, der Vertraulichkeit von Nachrichten garantiert. Gegliedert ist diese Einführung in Vertraulichkeitsmechanismen wie folgt. Wir müssen zunächst einmal die Notation festlegen, die im Folgenden immer wieder verwendet wird. Dann werden wir uns die symmetrische Verschlüsselung anschauen. Symmetrisch deshalb, weil Sender und Empfänger den gleichen Schlüssel benötigen. Hier müssen wir uns Blockchiffren und ihre Modi und Stromchiffren anschauen. Danach folgt das modernere Äquivalent, die asymmetrische Verschlüsselung, bei der man mit einem Public Key verschlüsseln kann und mit einem Private Key entschlüsseln kann. Wir schauen uns dann genauer die RSA-Verschlüsselung an. Da gibt es mindestens drei Varianten, Textbook-RSA, RSA-PKCS1 und RSA-OAEP. Wir werden uns die Vor- und Nachteile der einzelnen Versionen anschauen. Neben der RSA-Verschlüsselung gibt es noch die Diffie-Helmen-Schlüsselvereinbarungen, die immer wichtiger wird und die auch die Basis für weitere Verschlüsselungsalgorithmen ist. Wir schauen uns das Protokoll an und vertiefen das in Richtung der Komplexitätsannahmen. Also welche Sicherheitsannahmen treffen wir, um festzulegen, wann die Diffie-Helmen-Schlüsselvereinbarung sicher ist. Aus der Diffie-Helmen-Schlüsselvereinbarung erhält man relativ direkt die L-Gamal-Verschlüsselung. Und damit haben wir den Durchlauf durch die Verschlüsselungsalgorithmen, die Algorithmen zum Schutz der Vertraulichkeit, auch abgeschlossen. Am Ende dieses Abschnitts von Abschnitt 2 sollten Sie hoffentlich ein vertieftes Verständnis entwickelt haben. Und zwar für die Bedeutung der Blockchiff von Modi. Das ist ein Bereich, der in den meisten Kryptografie-Lehrbüchern ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber die Modi sind die Basis für die meisten Angriffe heute auf die Verschlüsselung. Sie sollten verstanden haben, dass Verschlüsselung die Integrität nicht schützt. Und dass die RSA-Verschlüsselung erst mit dem richtigen Padding, was ein Padding ist, werden wir dann noch sehen, sicher ist. Diffie-Helmen ist mehr als ein Schlüsselvereinbarungsprotokoll. Aus Diffie-Helmen, aus der Idee heraus, sind viele, viele andere Konstruktionen erwachsen. Und Sie sollten auch verstanden haben, warum man kryptografische Annahmen präzise beschreiben muss. Denn nur dann kann man auch genau über die Sicherheit bestimmter Algorithmen argumentieren. Beginnen wir also mit der Notation. Das ist jetzt ein bisschen ein trockener Abschnitt, aber da müssen wir durch und wir werden das auch dann an den jeweiligen Stellen noch einmal wiederholen. Nur, es muss einmal vorab festgelegt werden und im Wesentlichen ist die Notation auch selbsterklärend. Wenn wir schreiben y, ein Pfeil nach links und rechts ein f von x, dann bedeutet das, die Funktion f wird an der Stelle x ausgewertet und das Ergebnis ist der Wert y. Wenn über diesem Pfeil ein Dollarzeichen steht, dann soll das andeuten, dass hier Zufall mit einfließt. Das heißt, der Algorithmus f ist dann nicht mehr deterministisch. Das heißt, er liefert nicht mehr für jedes x die gleiche Ausgabe y, sondern die Ausgabe y hängt noch von einer Zufallsvariablen ab. Also ein probabilistischer Algorithmus oder Zufallsalgorithmus. Wenn wir statt dem Pfeil ein Gleichheitszeichen schreiben, dann geben wir damit an, dass wir einen Vergleich machen. Also hier wird auf der rechten Seite die Funktion f an der Stelle x ausgewertet, auf der linken Seite steht ein Wert y' und wir vergleichen, ob beide Werte identisch sind. Die Notation mit dem senkrechten Strich ist mit zwei Bedeutungen überladen. Einmal für Strings, also wenn x und y Strings sind, dann heißt dieser Strich, bedeutet ja die Konkatenation der beiden Strings. Also der Strings y wird an den Strings x angefügt. Wenn x und y Zahlen sind, dann bedeutet das x teilt y. Das Plus-Symbol in einem Kreis steht für xOR. xOR ist die bitweise exklusive O der Verknüpfung von Bits. 1xOR1 gibt dann 0, 0xOR0 gibt auch 0 und wenn die beiden Werte verschieden sind, also wenn x gleich 1 und y gleich 0 sind oder umgekehrt, dann kommt da immer 1 raus. Das wird hier für Bitstrings x und y für jedes einzelne Bit so verknüpft. Das Ganze wird durch dieses Plus im Kreis angedeutet. Ein Wert x in Betragsstrichen bedeutet meistens die Bitlänge von x, also die Anzahl der Bit, aus denen x besteht. Wenn eine andere Bedeutung hier benutzt wird, dann wird das an der entsprechenden Stelle angegeben. Wenn wir sagen, dass ein Wert x aus einer Menge 0,1 hoch Lambda kommt, dann möchten wir damit sagen, dass x eine Bitfolge der Länge Lambda ist. Und wenn anstelle des Lambda ein Stern da steht, dann heißt das, dass x eine Bitfolge beliebiger, aber endlicher Länge ist. Also es gibt irgendein Lambda, für das x aus 0,1 hoch Lambda ist. Das Notation zq bezeichnet die Menge, die die Zahl 0 bis q-1 enthält. Also hier sind alle Zahlen aus dem, alle ganzen Zahlen drin, modulo q-reduziert. Auch aus einer Menge können wir zufällig Elemente entnehmen. Also hier ist das Dollarzeichen, steht wieder für Zufall. Wenn wir das so notieren, dann bedeutet das, dass wir den Wert x zufällig und gleich verteilt aus der Menge aller Bitstrings der Länge Lambda ziehen. Analog dazu wird hier der Wert y zufällig und gleich verteilt aus der Menge zq gezogen, die oben angeheben ist. Schließlich bezeichnet x mod n den ganzzahligen Rest, der bei Division von x durch die Zahl n entsteht. Die symmetrische Verschlüsselung ist schon sehr alt. Eines der frühesten literarischen Zeugnisse steht bei Sueton in De Vita Caesarum. Hier wird beschrieben, dass Julius Caesar zu bestimmten Anlässen eine einfache Verschlüsselung eingesetzt hat, die heute als Caesarschiffre bekannt ist. Grob übersetzt bedeutet dieses lateinische Zitat, Wenn etwas Geheimes zu überbringen war, schrieb er in Zeichen. Das heißt, er ordnete die Buchstaben so, dass kein Wort gelesen werden konnte. Um diese zu lesen, tauscht man den vierten Buchstaben, also d für a aus und ebenso mit den restlichen. Es war so eine einfache Schiebeschiffre, bei der das Alphabet um drei Stellen verschoben wurde. Und das war für die damalige Zeit sehr modern. Das mentale Modell für symmetrische Verschlüsselung. Ein korrektes mentales Modell ist ein Tresor. Der Sender einer Nachricht kann mit seinem Schlüssel den Tresor öffnen, kann die Nachricht hineinlegen. Und dann kann er den verschlossenen Tresor an den Empfänger senden. Der Empfänger kann diesen Tresor öffnen, indem er den gleichen Schlüssel verwendet, den auch der Sender verwendet hat. Die Verwendung des gleichen Schlüssels ist hier die Symmetrie, die auch in dem Begriff symmetrische Verschlüsselung steckt. Sender und Empfänger müssen symmetrisch einen Schlüssel haben, und zwar den gleichen. Noch ein wenig Notation. Die Funktion, die wir jetzt betrachten, ist eine Verschlüsselungsfunktion. Sie wird üblicherweise mit ENC abgekürzt für Encryption. Diese Verschlüsselungsfunktion hat einen Parameter K, das ist der geheime Schlüssel. Und verschlüsselt wird eine Nachricht M. Das Ergebnis ist ein Schiffeltext C. Um Chosen-Plantext-Angriffen vorzubeugen, ist die Verschlüsselung oft probabilistisch. Das heißt, in die Verschlüsselung fließt ein Zufallswert ein. Und in diesem Fall wird das durch das Dollarzeichen über dem Pfeil angegeben. Die Entschlüsselung ist dagegen immer deterministisch. Wir wollen ja immer die gleiche Nachricht rausbekommen. Und deswegen steht hier kein Dollarzeichen. Also Verschlüsselung in der Regel probabilistisch, Entschlüsselung in der Regel deterministisch. Und jedes gute Verschlüsselungsverfahren sollte die hier aufgeführte Eigenschaft haben. Wenn ich eine Nachricht zuerst mit einem Schlüssel K verschlüssele und dann wieder mit dem gleichen Schlüssel K entschlüssele, sollte natürlich die Nachricht selbst wieder rauskommen.